Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Es gibt ein paar Promocodes von Warframe und da gibt es ganz interessante Sachen. Ihr seht die Promocodes schon eingeblendet. Wir haben da diese beiden Codes. Der Tweet hier wird unten in der Beschreibung verlinkt sein. Was bekommen wir? Excalibur Helm Avalon, der ist ganz nett. Ist ein ganz schicker Helm meiner Meinung nach. Dann Excalibur in Action Glyphe, also eine Glyphe, ein Profilbild praktisch. Die Tenno Farbpalette. Das ist ganz cool. Habe ich glaube ich schon alles, aber eine Farbpalette umsonst ist cool. Dann noch eine Karak. Die Karak ist nicht schlecht. Es gibt zwar bessere Versionen, die Karak Vraif und die Kuva Karak, aber ist eine ganz coole Waffe. Und das Prisma Scana. Zusätzlich, was haben wir noch beim zweiten Code? 220.000 Credits, gerade für Anfänger. Ein ordentlicher Bonus. 22 Riven Sliver. Cool. Und 22.000 Kuva. 22.000 Kuva ist auch nett. 22 Riven Sliver ist saugeil. Dafür können wir 2 Rivens eintauschen. Ich glaube ein Riven kostet 10, wenn ich mich recht erinnere. Ich mache das nicht so häufig. Aber ja. Diese Sachen gibt es. Das sind die beiden Codes hier. Wenn ihr euch fragt, wie löse ich diese Codes ein? Ihr geht auf warframe.com slash de oder warframe.com, je nachdem. Seid dann auf dieser Seite hier. Meldet euch oben an. Mit eurem ganz normalen Warframe Login Daten. Dann geht ihr auf Store und wählt Promocodes aus. Ganz einfach. Dann kopiert ihr diesen Code, beziehungsweise die beiden Codes. Fügt den hier ein. Code senden. Fertig. Dann könnt ihr zurückgehen. Zweiten Code nehmen. Wop. Den wieder rauslöschen. Und ja. Nächster Code. Gut. Soviel zu diesem kleinen Infovideo. Ich denke mal, wir sehen uns nächsten Mittwoch beim... Weiß gar nicht, was kommt. Auf jeden Fall zwei Bildvideos. Ich weiß gerade nicht welche. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Wuipnis. Musik. Musik.